Oh, meine Lesebrille, ja, wir müssen das jetzt mal geschmeidig gestalten, ja, 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 äh, Update 0.8.5 Doppelpunkt Monsterwelle, so sieht's aus, ja, ähm, sieht ein bisschen Cyberpunk-mäßig aus, das Bild oben, wenn ich das mal so kommentieren darf, ähm, das Update ist bereits drauf, ne, weil wir haben ja schon Donnerstag, ne, den, äh, 27. Gebetsbums, ja, so, wir haben dabei, ja, als, äh, sogenannte Oberthemen, ja, das Event Monsterwelle, Verbesserungen beim Matchmaking, ähm, die Clan-Keilerei, gewertete Sprints, Verbesserungen der Spielmechanik, Änderungen bei der Game-Balance, Änderungen beim Interface in Gefechten und im Hafen, Waffenkammer, Gefechtsökonomie, die Ergänzungen und Änderungen von Inhalten, sonstige Änderungen und Verbesserungen. Kuschi, grüß dich. So, fangen wir mal, oh man, das Event Monsterwelle. A Rogue Wave Sinked Them All, okay. Das lese ich euch vor, das ist mit Story, da hat sich jemand Mühe gegeben, Moment. Die Gründe, warum diese einst blühende Zivilisation zu Ruinen verfiel, sind in den Erinnerungen der Überlebenden längst verblasst. Aber das, was übrig blieb, eignet sich perfekt als Arena für rücksichtslose Kämpfe. In dem von Trostlosigkeit gezeichneten Hafen findet ihr modifizierte Zerstörer, die speziell für das neue und ungewöhnliche Gefechtsformat mit vier Teams überarbeitet wurden. Das Ziel in diesem Spielmodus ist simpel. Ein Team aus drei Spielern muss die anderen drei Gegnerteams zerstören. Ihr könnt entweder Solo oder in einer Division antreten. Jedes Wüste-Gefecht beginnt in den Außenbezirken der zerstörten Stadt. Zu Beginn eines Gefechts habt ihr keine Ladungen für Verbrauchsmaterial an Bord, weil die Welt am Abgrund steht und sich jeder in einem ständigen Kampf um die begrenzten Ressourcen befindet. Füllt euer Verbrauchsmaterial auf, indem ihr Bonusgebiete aktiviert und hütet euch vor dem Lauffeuer, dass das Äquatorium langsam aber sicher verschlingt. So, das Event Monsterwelle ist nur für die Dauer des Updates 0.8.5 ohne Punkt verfügbar. So, was gibt's für Belohnungen? Jetzt kommen wir mal zum wichtigen Teil, ja. So, gucken wir uns mal an, wie man die kriegen kann. So, Regeln für das Event Monsterwelle ähneln denen aus vergangenen Spielevents. Ihr könnt Treibstoffmarken, verschiedene Spielgegenstände und eine neue verbrauchbare Tarnung für das Abschließen besonderer Kampfaufträge und Direktiven im neuen Spielmodus verdienen. Das Event Monsterwelle beinhaltet vier Direktiven mit je zehn Aufträgen. Die Belohnung für das Abschließen mit allen vier Direktiven ist der US-Zerstörer. Und wenn ihr euer Gehirn jetzt schon ausgeschaltet habt, dann ergibt's euch genauso wie bei mir, weil das liegt einfach an der sonoren Stimme. Treibstoffmarken sind eine neue temporäre Ressource und Bestandteil des Events Monsterwelle. Ihr könnt eure Treibstoffmarken in der Waffenkammer gegen postapokalyptische Tarnung, Kreditpunkte, Premium-Kontozeiten, eine Spezialbelohnung, den Stufe 9 Premium-Zerstörer Benham eintauschen. Ja, moin! Und Gebetsgesangsverein. Verbesserungen beim Matchmaking, jetzt kommen wir mal zum ganz, ganz wichtigen Teil. So, Update 0.8.5 führt ein Softlimit für die Anzahl von Stufe 8-Trägern in Gefechten der Stufe 8 bis 9 ein. Ab jetzt kann während der ersten Warteminute nicht mehr als ein Flugzeugträger in jedem Team sein. Ab Beginn der zweiten Warteminute dürfen maximal zwei Flugzeugträger in jedem Team ab der... Was? Ab der dritten Warteminute können es bis zu drei in jedem Team sein? Habe ich das richtig gelesen? Ab jetzt werden sie nicht mehr so häufig wie zuvor auf Stufe 2 auf zwei Stufe 8-Träger treffen. Ja, moin! Diese Änderung wird die Anzahl der Gefechte mit zwei oder mehr Trägern pro Team verringern und sich hauptsächlich auf Stufe 6-Schiffe auswirken. Aha! Und wenn man nachts um 4 Uhr ein bisschen zu lange wartet, dann, äh... Ja, moin! Dann kann es schon mal sein, dass du von drei CVs weg... Äh... Ja, holen! Gut! Äh... Also nachts spielen ist gefährlich jetzt, ja? Vor allem, wenn... Wenn... Ne? Wenn viele so... Dann ist es gefährlich. So, Kleinkeilerei. Entschuldigung, das habe ich falsch gelesen, das liegt auch an der Lesebrille im Moment. Kleinkeilerei. Es wird ein neues Gefechtsformat geben. Die Kleinkeilerei. Anders als bei Clangefechten finden Kleinkeilereien nur an einem einzelnen Tag statt. Der beste Frontveteran, den ich kenne. Ja. Eine fehlerfreie Kampfmaschine mit nur einem Gedanken, einen Krieg zu gewinnen, den andere schon verloren haben. Genau. Und wenn ich bin sterben, heißt, dann würde auch das, ohne nachzudenken und ohne Angst... Alles auch an einem Tag. Achso, nur noch eine Sache. Ja. Was sie für den Höllen nennen, nennt er sein Zuhause. Ja, was andere Leute eine Hölle nennen, nennen andere Leute eine Kleinkeilerei. Gar kein Problem. Aber genau wie bei Clangefecht kämpfen die Spiele nun um die Anzahl von Stahl an andere wertvolle Gegenstände. Grüß dich, Swingerminch. Im Update 0.8.5 ohne Punkt wird es zwei Clankallereien geben. Am 6. Juli und am 20. Juli. Am 6. Juli mit Stufe 8. Und am 20. Juli mit Stufe 10. Grüß dich, Stamonti. Jeder Clan kann seine bevorzugte Primetime wählen. Papalapa. Ich spiel keinen Clankallereien. Äh, Gewer... Ja, aber ihr, ich weiß. Deshalb, ne, vor Europa ist das dann zwischen 15 und 21 Uhr. Ne, wenn ihr Bescheid wisst, ne. Ich bin ja mehr so der, ne. Ich bin ja mehr so der Sprinter. So, kommen wir mal zu den gewerteten Sprints. Freut euch auf eine neue Saison der gewerteten Sprints. Ist die im Format 6 gegen 6 mit Schufen. Schiffen der Stufe 7 gespielt werden. Das ist schön. Wie zuvor werden die zehn Ränge in zwei Ligen unterteilt. Die Second League beinhaltet Ränge 10 bis 6. Die First League, äh, die Ränge 5 bis 1. In gewerteten Sprints sind die Visionen aus zwei Spielern erlaubt. Finde ich nicht so gut. Macht eure Stufe 7 Schiffe klar zum Auslaufen. Ah ja, ich sag, ähm, so. Die fünfte Saison ist am Donnerstag, fängt am Donnerstag am 27. Das ist quasi heute Morgen an und hört am 9. Juli auf. Sind nach Adam Riesel irgendwas mit, äh, elf, zwölf Tagen oder irgendwie sowas, ne. Zwölf Tage. Die sechste Saison ist dann am 11. Juli bis zum 23. Juli. Äh, Verbesserung der Spielmechanik. Uh, das haben wir ja, glaube ich, schon mal so einigermaßen durchgeeiert. Äh, es wird jetzt... Die Mechanik für das Verursachen von Schaden am Torpedoschutz an Sekundärbatterien und Torpedowerfern sowie in den vollständig zerstörten Teilen des Schiffes überarbeitet. Wenn jetzt eine Granate, eine Sekundärbatterie, ein Torpedorfer oder ein vollständig zerstörten Teil eines Schiffes durchschlägt, beträgt der verursachte Schaden 10% des Wertes für den Granatenhöchstschaden. Also keine 0,0% Durchschläge mehr. Mit dem Verbrauchsmaterial Reparaturmannschaft können 100% dieses Schadens wiederhergestellt werden. Trotzdem haben diese Granaten keine Wirkung auf Flugabwehrmodule. Wie zuvor können diese Module nur durch Explosionen von Sprenggranaten, also mit HE, zerstört werden. Habt ihr schon einmal für einen Treffer auf Gegnerschiff das Banddurchschlag erhalten, obwohl der Treffer beim Gegner keine TP abgezogen hat? Dafür wird es jetzt ein neues Band geben, um unsere Spieler nicht länger in die Irre zu führen. Also doch. Für das Durchschlagen... Für die Schlange eine Torpedowilze und dabei die nächste Panzerungsgeschichte zu treffen, erhalten Spieler nur ein spezielles Band für Granaten, Bomben und Raketen. Außerdem haben wir die Bezeichnung Schiffspanzerung für Elemente der Torpschutzpanzerung geändert. Wir nennen sie nun einfach Torpedoschutz. Wunderbar. Äh, Änderungen bei der Game Balance. Jetzt kommen wir mal zu den Flugabwehrgeschützen. Zuvor, zuvor 0.8.4 Punkt, äh, ohne Punkt, haben die Flugabwehrgeschütze mit fester Schussfrequenz bei einem zufällig ausgeweiten Flugzeug in einer Staffel permanenten Schadenfuß. Haben wir schon durchgekaut, dass es jetzt immer das letzte Flugzeug der Staffel ist, was jetzt konstanten Schaden von allen kriegt und dann, äh, rattert dann runter. Äh, äh, Motorboost wurde, wurde, äh, herabgesetzt. Ähm, die Flugzeuge verlangsamen jetzt um 26,25 anstatt um 17,5. Dann müssen wir mal gucken, wie sich das auswirkt. Äh, 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 ja, die Markierung für die letzte bekannte Position, das hatten wir auch schon mal gesagt, ist wichtig, dass es jetzt automatisch aktiviert ist, das ist für Anfänger ganz gut. Äh, äh, Waffenkammer. Yoshino ist jetzt kriegbar für 248 Kohle, das dürfte jetzt auch nicht die große Überraschung sein, ist ja angekündigt worden. Äh, äh, mit Neuetano für die Burgonnier ist jetzt, ne, so geil sieht's jetzt auch nicht aus. Bisschen was an der Gefechtsökonomie. Gefechtsökonomie, das sind aber alles nur so ein bisschen, äh, Kleinigkeiten, so wie ich das sehe. Ähm, äh, 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 äh. Schöne, schöne Tarnungen. Sonstige Änderungen, Verbesserungen. Mal sehen, anscheinend soll das Hafeninterface ein bisschen flüssiger funktionieren durch eine Optimierung. Falsche Bezeichnung der Geschütze auf dem Schlachtschiff Roma wurde korrigiert. Dankeschön. Ich denke mal so, alles was ich nicht gelesen habe, ist jetzt nicht tausendprozentig super prägnant wichtig, aber lesenswert. Ne? Dankeschön. Es war mir wie immer eine Ehre für euch.